So, 4. Oktober, wunderschöner Tag, sehr warm. Und ich versuche mich noch einmal mit der Mathilda. Wo ist sie überhaupt? Wo ist sie, die Mathilda? Irgendwann ist es gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, das war die Mathilda mit ihr in einer anderen Version und nicht so, wie ich es zuerst gespielt habe, wo ich dann nicht aufhören konnte, weil ich gestört wurde. Na ja, so schaut es immer anders aus.